Was müssen wir jetzt machen? Wir sind bei den Glow Sticks, ne, doch mal. Ja. Oh nein, die Musik. Ey, du antwortet ja. Oh nein. Bullying, Bullying. Ah. Ist es Late Night Lovers? Doch, ja. Okay. Dann mache ich mal hier die Melodie ein bisschen laut. Oh mein Gott, die ist so creepy. Das nennt man auch in die Butterlupe. Weißt du schon, was wir hier machen müssen, Dommer? Ja. Echt? Wie? Die Glow Sticks nach Farben und den Symbolen oben ordnen. Oben? Ja, oben. Ah, hier ist so eine Rosane, so ein bisschen hier am Boden. Die Rosane, oder was? Ballons grün, Geschenk rot, Auge gelb. Gegenpunkt, klar, so wie man das merken kann, der ja. Ich check's net. So behindert. Oh Gott, ich erkenne die Farben nicht. Was ist denn die erste für eine Farbe? Keine Ahnung. Gelb? Gelb. Nico, was ist für eine Farbe? Gelb? Das erste für grün. Okay. Also Geschenk... An rot, gelb, blau. Merkt ihr? Grün, rot, gelb, blau. Grün, rot, gelb... Okay, die Luftballons sind grün. Ja. Geschenk ist rot, das Auge ist gelb und das andere hat sich gesehen. Da ist so ein Regenbogen, der aber blau ist. Ja, aber ich hab doch jetzt einen gelben Motorrad. Ah. Okay. Okay. Ah! Was? Oh nee, da ist so ein Ballonspasti hier oben. Hä? Aber ich, 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 ich... Äh... Oh, so... Also Ballons... Ballons liegt schon. Hahaha. Ich will X3. Einfach die jeweilige Farbe vor das Symbol legen, Alter. Das kann nicht so schwer sein. Aber ich find ja nich mal das Symbol, ich raff das grad nicht. Ah, ver pisse dich, Alter, die Hässe gestückt denn. Was ist das hier? Das sind doch die Symbole auf dem Pro-Namen an Johnson. Okay. Okay, gelb, gelb, was ist gelb gewesen? Regenbogen, glaube ich, ne? Gelb war dieses Auge. Ach, Auge. Okay, jetzt muss ich ein Auge suchen. Okay, Geschenk liegt auch. Hast du das Tür gesehen? Ja. Schatz, langsam, da ist so ein Spasschenkuss. Ja, der rennt an der Wand lang, der Typ. Okay, noch gelb, Auge. Ja, Auge, 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 Auge ist noch hinter dir. Ja, keine Ahnung. Ah, hier ist Auge und das lege ich jetzt einfach da hin, ja? Ja. Jetzt nur noch blau, äh, dieser, ja, Regenbogen, klar. Schatz, was machst du da? Identity! Ne, da können gelbes hin. Ey, Geschenk ist doch gelb. Ich check das nichtmals. Hier gelb, keine Ahnung. Oh, oh, nimm dir jetzt die Z... Ich pflück gleich auf. Der Gewohnheit, der Eckencamper, digga. Ah, Ballon, Mann. Oh, was ist denn ne Bell-Aniversum? Ja, blau fehlt noch. Schatz, hör auf, das Sachen hinzulegen. das ist gelb gelb das ist alles gelb was alles gelb das ist alles gelb das ist alles gelb aber okay ihr braucht nur noch blau blau sowieso nix ich komme hier nicht mehr der schreit immer noch rum da liegt mein blaues nein keine ahnung was war was war denn das blaue dieser regenbogen mit der zerholten da jetzt hin so fettigst geh runter zur tür renn ja renn doch einfach worauf wartest du die war füßrecht maul halten maul halten die 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 sieg ihm oh 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 du bist ein dicker sack ja raus aber wo hier du dicker sack da liegst du jetzt in die komische maschine da wo die ja wo ist sie da hinten da liegst du jetzt rein weißt du schon wieder wie das funktioniert alter darum jetzt halt das maul ich kann da nix reinlegen ja bis jetzt dicks kommt der jetzt Blonde Corpse Identity Identify Identity Oh 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 Man lacht einfach gegen Identity Aua Oh laua Du musst die Feuerwerks immer auf die Augen schmeißen Auf die Augen? Ja Das ist da oben Das ist ein Auge gewesen Es ist ein Auge gewesen Wir kontrollieren nämlich die Level und die muss man ausschalten Nein nicht Ach warum ist sie auf den Tod? Keine Ahnung Servus Hahaha Hahaha Ah Das ist einfach umgebracht Ja das war nur verdient du dicke Sau keine Ahnung Oh laa Oh laa Zellebernewes Oh laa Zellebernewes Hey ich habe das Ding doch ausgeschaltet Ja wahrscheinlich bin ich zu dumm ? Duルク stimmst! Du bist du ... Und wer然 ich denn den 제일es Mal hin? Noch sind die Berne, wenn ich… Jetzt hat's getroffen. Das war's. Ja, geil. Wo wirft denn der das Ding hin? Ey, du Hurensohn. Deine Mutter ist ein Schlampe. Ach, das ist das, Alter. Wie lange braucht es denn, bis es explodiert? Super machen, Dombe. Super Geschäft. Scheißen muss ich auch schon wieder? Ich war gerade erst, muss schon wieder kacken. Mach mal, Kacka. Ah, bitte. Hinter dir. Ah. So, habt ihr es jetzt gecheckt, wie es geht, ja? Ja. Einfach die Dinger mal abwerfen. Aber aufpassen auf die Teammates. Genau. Oh, mein Essen ist da, Alter. Super gemacht, meine Damen. Ich kann nicht mehr sprinten. Ich werde sterben. Ha. Du blockierst ja mal voll, du musst aufpassen. Du hast mich gerade blockiert, aber ja. Alter, wo fliegen die hin? Naja, voll die dummen Winkel. Vor allem, wo seid ihr? Vorne, ich komme nicht durch. Endlich habe ich getroffen, ey, anders. Äh. Super, Alter. Irgendjemand hat jetzt noch mal gehauen und ich war noch nicht versteckt. Gehauen? Das war wahrscheinlich sogar... Ich weiß, was das war. Das war... Alla bellen alles. Warum ist denn das Ding zu? Ich habe den doch abgeschmissen, der ist... Da gibt es noch zwei... Ding, 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 ding. Ich dachte, man kann da irgendwie... Naja, okay. Der ist zu. Der da hinten auch, eigentlich. Oh, meine... Zigi-Tigi-Juksen. Kennst du Zigi-Tigi-Juksen? Ah, hier, der ist doch kaputt. Warum geht das nicht? Tür wieder irgendwie nicht auf. Komisch. Also, entweder bin ich blind oder es gibt noch irgendwo einen. Achtung, Dommis. Ja, genau, Alter. Lässlicher Hurensohn. Das sieht aus wie dein Vater. Ich muss mal bitte mal gescheit spielen jetzt, ihr beide. Ach so, wurde die getötet. Halla, für eine Bälle. So. Jetzt. Äh? Wer hat mich jetzt umgebracht? Ja, Yasin. Aber ich check das nicht. Yasin, du darfst die Dinger nicht, ähm, werfen zu deinen Teammates, dann tötest du die. Ja, ja, aber die rennt vorbei, weil ich muss doch das da hinwerfen, ne? Aber seid ihr jetzt schon wieder tot? Yasin bringt mich ständig um. Ständig, sagt sie. Geht mal einmal jetzt. Dann hab ich gar nicht zweimal. Ich hab alles aufgenommen. Ich hab alles aufgenommen, ne? Oh, Mann, aufgenommen. Das ist ja aufgenommen, ne? Kannst du, Allah, sende Bälle an der Wissen. Hehehehe. Hahaha. Sende Bälle an der Wissen. Ja, was ist das jetzt? Hä? Uäh. Da sind die Viecher am rumglitschen mit mir im Arsch. Allah Allah. Das Auge dahinten ist zu. Warum? Du musst halt gucken, dass nicht, dass sie dir immer Auge macht, weißt? Kann man hier noch irgendwie eine Tür öffnen? Hm. Was passiert jetzt? Aus der Tür kommen die raus. Ist das nicht die Richtige? Oh, kurz warten noch. Was wollt ihr denn hier hässlichen Fugel, Alter? Hier ist richtig. Ah, schmeckt das eklig. Was ist das hier? Was ist hier? Das geht ja überhaupt nicht Happy Birthday Happy Birthday Mann, nerv doch nicht, ihr komischen Schmuckl-Clowns, Digga Oh, lacht es hier eine Bellarmöse Irgendwo geht's weiter, aber ich weiß nicht mehr Kennst du? Mann, fucken die ab Achtung, Dommes, Bobos Ah, hier Oha Verpisst euch mal hier, Schmuckl-Söhne Eure hässlichen Mütterlern Oha, das ist ja eine Beilehahn, aber jetzt Ja? Ja? Ja Ja, ihr müsst immer genau dahin rennen, gell? Ihr könnt einfach nicht euch verpissen Okay Kannst noch mal warten Haben wir's dann, danke Kann ich jetzt hier durch? Ja Ja Naja Sonst geht's uns noch gut, ja? Na wie? Na, was war denn? Ja 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 Das ist aber Na, was war denn das? Ja 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 Das ist so Ja Ja Habe ich irgendwas falsch gemacht? Der Typ ist ein Typ. Achtung, dummes Ding. Ich bin schon lang unterm Tisch verpisst, doch ihr Wichse. Was ist los bei dir? Ich hab jetzt gedacht, mit dem, da ich das eine kaputt gemacht habe, dass es hier aufgeht, eigentlich, aber... Entweder ist noch irgendwann zu dem Spiel was übersehen. Wir sind gerade durch die Tür gerannt, vielleicht aufgegangen. Ich muss noch mal zurückgehen, glaube ich. Jank, kennst du eigentlich, was du kennst, was du kannstest? Ja. Ah! Boah, Digga, du bist Multimillionär dann. Ja, was ist das für eine schwule Steuerung? Die Steuerung auf dem Trampolin ist ja übel schwul. Der ist voll schlecht. Good timing. Wie muss ich denn lang? Ja, nein. Einen. Nein, das ist mir der Tür auf ihr, ich sehne. Nein. Nein. Ich schaue dir. S.T.A.D. Allah, was ist denn der Bellahme, ey? Muss nicht mehr die Schiri zuordnen. Geht nicht, hab ich schon probiert diese Dinge. Ich hab ne Idee. Ja, theoretisch muss ja das hier aufgehen. Es gibt ja sonst keine Tür mehr. Wo ich durchgehen kann. Aber irgendwie geht die nicht auf. Ja, wie kann man so nerven, wie ihr zwei hässlichen Huren sind. Ihr seid so hässlich, ne? Ja, ich kann dann beide anrissen. Ja, wie ist denn nochmal ab? Auf. Es macht keinen Sinn. Es muss die Tür aufgehen. Was ist das Game kaputt, oder was? Äh? Allah, was ist denn der Bellahme anwes? Oh, das Jinx hat eine Schuhe. Oh mein Gott. Leh. Oh. Allah, was ist denn der Bellahme anwes? Hä? Ja. Einmal so blind sein, ey. Super. Da ist der Schlüssel. Oh. Einfach zu. Ein, 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 einfach zu. Ist das jetzt, ist jetzt Ruhe? Nein. Nein, das ist einfach zu. Christoph. Ich sterbe, ich sterbe hier. Doch, weil Dom, wenn man was ist, ist das einfach zu. Was ist das Dommes? Dommes an der Klongus. Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Um, 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 um. Klongus an der Bongus. Nein, das ist ein Schuhe. Oh, das ist ja eine Bellahme anwes? Oh, wir sind weitergekommen. Motherfucker. Scheiße, das will ich? Das ist Allahsenebelahne Wissen Ich bin Melissa, das geht nicht Das ging auch gerade nicht Die Worte einer Blondine Inklusive Allahsenebelahne Wissen Vielleicht mussten wir erst die Augen kaputt machen, dass es bewegen kann Natürlich Natürlich Hier? So Was ist hier? Gibt es irgendwelche Instructions? Musst du mal äh, gucken Hier Gibt es irgendwo ein Zettel was sagt, was wir tun müssen? Das ist Fernseher Das ist ein Fernseher Kommt irgendwo was raus? Ne Ich hab ne Kassette Bro Ja, ja Ja, vielleicht den Fernseher rein Da woanders rein, da rein Ah, ok, verstehe Das ist Memory Colors Grün 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 Gelb Grün Gelb Grün Gelb Blau Rot Rot Okay Grün Gelb Blau Rot Grün 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 Gelb Blau Rot Violet Grün Grün Offen Ja, perfekt Das war's schon Immerhin keine Monster Immerhin keine Monster Hast du alle die extra Räume hier? Identity Wir könnten uns mal Sanity geben, ich wär gleich wahnsinnig ja warte mal dann kille ich mich aber ich habe keine sende ich weiß es war ich ich kille mich weil ich keine sende mehr habe hier sehen sie zwei seltene exemplare der axofamilie sie wissen leider nicht wo der ausgang ist ich mache aufnahme Sie wissen nicht, wo der Ausgang ist, dumme Du musst genug trinken, Digga Glocos, Glocos, Glocos 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 Hier sie jede Menge trinken Wo? Auf Tisch, Neil Ich hab genug für euch, keine Sorge, komm Du musst an der Krungus, passt ja auch Glocos Glocos Wir sind wieder durch, mit Spiel Nein Glocos 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 Was ist jetzt hier? I hid it in a balloon, so they wouldn't find it Ah Okay, also irgendwas im Ballons Ge weg, ge weg Mach seine Bälle an den Welsen Aber mach seine Bälle an den Welsen Glocos Glocos Gloc Sind die getriggert wenn die uns sehen oder einfach nur so? Verstehe ich auch nicht. Da war auch nichts drin. Könnte natürlich auch wieder sein so, oh was sind die Bälle angewiesen. Du 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 do du du du. Man, was ist dein scheiß Problem du Hurensohn. Weißt du der geht in die Richtung, dreht sich um sieht mich wieder. Wo sind denn noch Ballons? Hier. AAH! Dumme! Wir haben alle Ballons fast. Ach Allah, Sinnabär, an der Westen. Da hinten, glaub ich, hab ich einen gesehen. Oh oh. Deine Mut, deine Mut, deine Mut, deine Mut. Deine Mut, deine Mut. Da hinten ist noch ein paar Meter Raum mit Luftball aus. Das erklärt's natürlich. Ich kann da nicht hin. Ja, weil die ganze, die patrouillieren wie Schwuchtelsöhne. Einfach Zoo. Oh. Wo ist der Scheißraum? Ja, nein, das ist immer aggressiv. Oh Gott, das ist eine Bühne. Ah, das ist eine Bühne. Ah,ają. Ah,ajin. Ah. Und? Ist jetzt noch nichts? Nichts. Wie meinst du da raus, du scheiß Ballonträger? Wie meinst du da raus, du scheiß Ballonträger? Wie meinst du da raus, du scheiß Ballonträger? Das ist der Anfang wo ich bin, ja moin. Wie meinst du da raus, du scheiß Ballonträger? Da hinten ist noch ein Tisch. Mit Luftballons. Ach, da bist du. Da war glaub ich auch nichts drin. Oh mein Gott. Was? In der Mitte ist noch alles voll. Ah, ich sehe es. Ja, natürlich muss der eine Wichser hier patrouillieren, ne? Du Hurensohn, verpiss dich, Mann. Vielleicht, wenn wir uns schleifen. Dann zieh ich dir deine gelben Beine bis zum Mond, Junge. Wie er ins denn angeraten hat. Ah, ja. Du Hurensohn, Mann. Digga, der Typ, ne? Du Hurensohn. Scheiß gelber Bastard, schau dich mal an. Scheiß Tele-Tabby. Mann, verpiss dich jetzt! Ja, wahrscheinlich Digga, der Camper. Jo, jetzt kommt sein Bruder auch noch. Der Hurensohn. Der Brader. Brader, Brader. Da. Einfach vor der Fresse die Dinger platzen lassen. Fickt euch, ihr Wichser. Ihr könnt Eier lecken. Mann, weißt du, geht ein, da kommt der nächste wie ein Puff. Hä? Hast du Schüsse? Bei mir hat es sich nach irgendwas runterfallen angehört. Sehen sie sich da hundertprozentig sicher, Schüsse? Ja. Oh. Da liegt er doch. Oh. Roter Look. Hier. Das seh ich nicht jemals. Roter Look. Das werden wir niemals schaffen, Alter. Wo sind die Wichser? Ah! Das sag mir niemals. Ja, der ist da draußen, Alter. Oh, oh, oh. Tablettes. So, ich hab... Ich hab... Candy Bar genommen, Alter. Uuuuuh. Ah! Egal, ich glaub das speichert, ey. Also hoff ich nicht. Gern raus. Ah! Ha! 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 So eine Drecksmusik, Alter, wirklich. Wo ist denn der Musik, Alter, wirst du dich verwendet haben? Da kommt der dicke Bruder. Da kommt der langslide, als wäre er kein King Kong an, mein Aron. Mal schauen. So, ich glaube, ist alles weg. Na ja, kann man raus hier, verpisst euch. Raus, 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 Mist. Boah, stell mal vor, das wäre ohne, dass das Zeug speichert, Alter. Das wäre richtig schwer, das Spiel. Alter. Das Spiel wäre so schwer, Alter. Kann man das ja auf verschiedenen Stufen spielen. Kann man auch, wir spielen gerade auf normal. Ach so. Auf schweres Bestes. Alter, was rieche ich hier? Deine Bo... Vielleicht riechst du ja deine eigene Empowern. Was ist denn das? Keine Ahnung. Was riecht hier so geil? Was ist denn das? Die Aschenbecher. Aschenbecher, was ist denn das? Ich riech's gar nicht. Tor ist auf, Tor ist auf. Da? Aschenbecher. Kommt ihr? Tor ist auf. Ja. Gelb, warte mal, wo ist das? Das sind zwei Exemplare der Axi-Familie. Tippie, Tippie, chapa chapa, doubi, doubi, llevadabamati, doubi, doubi, dobi, dubi, dubi. 10 Meter abstand bitte. Was jetzt? Oh, es wird wieder gruselig. They know the way out of here, follow them. Müssen wir ihnen folgen. Du bist nicht, komm gleich. Ah, da ist jemand, hallo Hey, steh mal auf, du Bastard Ah, der Typ, der weiß das Der Typ, der ist der King, Alter Der pennt Wer ist das? Ach du scha- Ach du scha- Nice one, wer auch immer das war Was zur Hölle ist das? Man muss dem folgen und seine Moves nachmachen, Mann Wow Oh, lass es in den Berne wissen Was schon ein Becher Komm her Also jetzt, wenn der duckt, sich ducken Ja Kriegen wir hin Ich seh euch nicht mehr Sag mir, wenn der hoch geht, ja? Der führt zu schnell, ihr seid weg Keine Ahnung Hier, drunter schass Ah Okay, er greift nur an, die nicht gedückt sind Ja, die laut sind Ihr seid durchs Klassenzimmer, oder? Ich komm hier noch mal durch Ich lauf hier einfach blind alleine, weil Der Fetzer, ich warte doch Ja, wo soll ich sa- Ja, ich kann dem hier nicht vor mir sagen Nicht du, ich mein diesen schwarzen da Achso, ihr wollt schon sagen, ich kann ihm nicht sagen, warte bitte Seid ihr nach dem Klassenzimmer links abgebogen oder gerade weiter? Äh, ich glaub in ein weiteres Ja Ja, ich bin da Oder lass dich umbringen, oder? Nee Ist ganz falsch Das bringt nichts, ich find da eh nicht allein durch Jetzt müsst ihr weiter sein Ja 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 Okay, Dommi, du kannst Ich hab dich umgebracht, weil ich find das eh nie Jo Ja Ja Allah, ist denn ein Böller-Aniversum? Oh Alter Okay, das sieht wild aus Ja Ja Wir brauchen wieder walkie-dokies Walkie-dokie, die mich sieg ihm Photo-apparat Photo-apparate Photo-apparate We need more evidence to study them Scheiße Wir müssen ein Foto von dem machen, was abgebildet ist Warte mal, stell dich mal nebeneinander Warte mal, stell dich mal nebeneinander Warte mal ein Auge drehen Ach so Stell dich mal nebeneinander, bitte Ja, gezählt Dann nimmt den Foto-apparate in die Hand und dann sieht ihr das nächste, was ihr fotografieren müsst Das erste war zwei Leute nebeneinander Das erste war zwei Leute nebeneinander Ich hab jetzt Was ist das? So ne Wand mit Dreieckkegel Ich glaub nicht, dass die hier oben ist Ich auch nicht, ne Kommt mal her, bitte Wie auch immer da hinten schon wieder rumrennen Wir blockieren da wieder Nicht Haha, identity Aschenbecher Aschenbecher, oder? Aschenbecher? Ich glaub das ist echt, äh, Probleme beim Riechen Okay, hier gibt's glaub ich keinen Gang, oder ist da was? Nein So muss man weiter runter Aschenbecher? Ah ne, hier, hier, hier Ach, Bruder ist normal, soll ich dir sagen, warum? Normal Hm? Willst du wissen? Hm? Hast du? Ne, noch ein bisschen runter Das ist halt, wenn die Schwangerschaft komplett rein kickt, Alter Aschenbecher Aschenbecher, Digga Allah, Senebärne Westen Allah Senex! Weg da! Müsste passen, so Perfekt Who is, who is here? Also ist ich wieder irgendein Monster? Ja, geil, ey Ja, ich muss einfach suchen das, was auf dem Mix zu sehen ist Und dann fotografieren Ja, das ist safe nicht bei mir Also, das ist safe nicht hier, was ich brauch Obwohl Obwohl Wir haben alles das gleiche Auch mit diesem Gerüst und die drei Krieger Ja, 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 das Gerüst, weiß ich wo das war Hier ist es, hier ist es Hier ist es Ah, hier Okay, ich brauch mal ein Auto Blau, blau Ja Warum wollen wir da rein, dann? Oh, was? In den Auto rein, du weißt schon? Gerne Ja, ja, blau unten Ja, ja, blau unten Allah, Senebärne Westen Ah, auch coole Map Ich brauch was anderes Komm rein Noch, 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 noch Weiter, 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 stopp Hier wird safe ein Monster sein Ja, du kannst dich hier verstecken Jetzt kommt bestimmt wieder ein Excuse me, Alter Ey, ich hab's, ihr könnt weggehen, ihr geht schon mal hin, weg Ey, oh nein, wir müssen den Monster fotografieren Auch hier? Das Monster fotografieren, jawoll Boah, nicht schon wieder der Kabelkopf, Alter Ja, wo ist der Wichser? Dafür muss sich einer opfern Ja Ja Er ist auch hier blau, ne? Oder unten Ne, unten kann das nicht sein Nein, der ist hier Nein, der ist hier Aber wo ist der? Deswegen kann man sich auch verstecken Die Frage ist, sieht man ihn? Die Frage ist, sieht man ihn rechtzeitig, bitte? Hallo Ja Domme, mein kleiner Pipi Ich hab den Jungs Ich hab mich geopfert, aber Foto gemacht Ja Ja Auch hier das Ding, ne? Oh, was ist das denn? Drei Köpfe Au, 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 au Mama mia Oh, und so, und so, und so, ich komm nicht Huh? Der hat mich nicht hinspinnt gelassen Ja, weil ich da drin bin, du Depp Oh mein Gott Huh? Hä? Wieso geht das nicht auf? Super du gehst genau in den Spinn, wo ich rein wollte Ey man könnte so Man könnte so easy von dem Foto machen, ohne dass er denken So ein Peach Gesicht Walla Walla einfach nein Walla Grese Walla Grese Ready hello again Walla 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 Grese Jaaa smileys natürlich Jaaa genau Walla Grese Fuck you and your mind Walla 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 Grese Hey Excuse me Motherfoto Boah ich will das nicht alleine machen Hahahaha Das ist meine und dieser Excuse me Typ Aber du weißt jetzt auf jeden Fall, dass es keiner wo uns lebt Dann muss es ein Excuse me Allah seine Berne wissen Allah seine Berne wissen Allah seine Berne wissen Allah seine Kalitzen oder Jaaa Re I'm gonna stick him Ey ich hab doch Foto gemacht du schwarze Genk bringt uns ab morgen Dirk euch bei Ja 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 Mann Excuse me Ja 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 Was ist los Ja 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 Ich will nicht Einer leuchtet, einer fotografiert Und der andere bleibt safe In dem runden Ding stehen Doch mal lass mich das alleine machen Doch mal lass mich das alleine machen bitte Oh mein Gott Doch mal bitte Bitte lass mich das alleine Aber wir müssen den Excuse me als nicht Excuse me vorm Fotografieren Au 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 Excuse me mein Bratter Wer bleibt stehen und wer leuchtet Oh mein Gott Lass doch einfach warten bis der herkommt Oder so Okay Die ganze Zeit leuchten mir die scheiß Smilies weg Ey Ey Wir finden's auch mal Was stinkt hier sooo Das ist Excuse me Mach's Maul zu Junge Excuse me Jetzt Warten wir Bin ich das? Nee Excuse me Ah Ah Schalt den weg Schalt den weg So wo ist der Wichser Schalt den weg Ja ich werde mich opfern Ich hab Taschenlampe an Wo ist der Excuse me alter Da kommen sie die scheiß Smilies Junge Und weg mit dir Und weg mit dir Und weg mit dir Excuse me Excuse me Ich hab ihn gesehen da hinten ist er Da ist er Da ist er Da Ich soll ich hingehen Bro Nein Bro Ich hab Lampe gell Ich mach die weg Au 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 was ja hör auf man es ist zu laut ja lass sie mal suchen scheiß drauf geh mal weg excuse me geh mal weg Domme bitte bitte ich hab Fotoapparat Domme hilfe excuse me Domme ja aber schreib doch weg du hast Lampen an hab ich doch Domme bitte hilf mir bitte grüß der Bixer excuse me der Horensohn hat mich getötet ja manchen du stürmst mit der Taschenlampe dann ja der war hinter mir der war wissens zu schnell wie soll man das machen ohne Licht ohne Licht da ah ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn und hat gezählt ja ok so wahrscheinlich nach ganz unten excuse me was ist denn das ok oh oh Identity please oben glaub ich oder was ist das ein hauch von nichts was ist das ein hauch von nichts hm ja ja